Der Typ, der bei mir... Also jetzt random, Tim, sie gegen mich. Bödi, du bist einfach zu gut für die, ja? Das Beste war einfach... Du, der fette Saul, den würd' ich niemals nähen, nie anlängen, du bist so fett. Du hast einen fetten Bauch und ich hab einen langen Schluch, aber den darfst du nicht haben, nein, da lohne ich dich nicht dran. Du Saul, bist einfach so hochgrossig. So hochgrossig. Du sagst, du bist bereit, aber ich nicht, du bist zu breit. Und weil dir nackt nicht steht, hab ich dir das auch gerade gesagt, du Saul, du bist so hochgrossig. So hochgrossig. Sie ist 100 Kilo und sie will für dich wohnen, nein, ich will dich nicht, doch kannst du jetzt gerade wieder kommen, du Saul. Du bist einfach so hochgrossig. So hochgrossig. Du bist ein krossige Frau, die Sonne und die Fette Saul, den würd' ich niemals nähen, nie anlängen, du bist so fett. Du bist ein krossige Frau, die Sonne und die Fette Saul, die würd' ich niemals nähen, nie anlängen, du bist so fett. Deine Mutter ist ein Bär und die Papi Militär, aber nimm das nicht so schwer, weil du frissisch ja alles leer. Oh mein Gott! Oh mein Gott!